Ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Discord-Bot-Tutorial und letzte Woche haben wir uns ja Custom-Checks angeschaut und diese Woche schauen wir uns Global-Checks an. Und mit einem Global-Check können wir auch überprüfen, ob ein User einen bestimmten Command nutzen darf oder nicht, aber halt nicht für einen bestimmten Command, sondern direkt für alle Commands von dem Bot. Bei diesem Custom-Check von letzter Woche, da mussten wir hier bei jedem Command addcommands.check reinschreiben, wo wir diesen Check anwenden wollen. Das brauchen wir aber bei einem Global-Check nicht, denn der gilt ja eh automatisch für alle Commands. Alternativ dazu gibt es auch noch einen Cock-Check. Der gilt also nur für alle Commands, die hier in diesem Cock sind. Das werden wir uns auch in dieser Folge anschauen. Und wir starten hier mit einem ganz normalen Slash-Command und mit dem Error-Handler aus letzter Folge. Da hatten wir das so eingestellt, dass wenn dieser Custom-Check fehlgeschlagen ist, dass wir dann hier eine Error-Meldung an den User senden. Und so ähnlich werden wir das auch heute machen, aber heute zeige ich euch noch ein paar andere Variationen, was ihr da außerdem noch machen könnt. Als allererstes gehen wir mal hier oben hin und erzeugen uns eine neue Methode mit Async-Dev. Die muss übrigens nicht Async sein, kann sie aber. In den meisten Fällen wollt ihr wahrscheinlich ein Async davor schreiben, weil ihr dann auch Sachen in der Methode einsetzen könnt, wo Await davor steht. Und diese Methode müssen wir Bot-Check nennen. Ihr könnt euch keinen eigenen Namen dafür aussuchen, die muss Bot-Check heißen. Und neben dem Self bekommt ihr nur den Kontext von dem Command übergeben. Und hier könnt ihr jetzt im Grunde reinschreiben, was ihr wollt. Und wichtig ist, dass diese Methode entweder true zurückgibt, wenn der Nutzer den Befehl benutzen darf, oder halt false zurückgibt, wenn der Nutzer den Befehl nicht benutzen darf. Ich mache hier jetzt eine ganz einfache if-Abfrage, wo ich checke, ob der User, der den Command benutzt hat, eine bestimmte ID hat. Wenn die ID ungleich ist, also wenn der User eine andere ID hat, dann wollen wir false zurückgeben und in allen anderen Fällen wollen wir true zurückgeben. Wenn ich das Ganze jetzt ausführe und mal auf Discord slash hey eingebe, dann wird der Bot mir ganz normal antworten. Aber wenn ich diese User-ID hier etwas verändere und das Ganze dann nochmal ausprobiere, dann wird der Bot sagen, du bist nicht würdig genug, um diesen Befehl zu nutzen. Als nächstes zeige ich euch noch, was ein sogenannter Cock-Check ist. Und der funktioniert genauso ähnlich, das heißt, wir können den ganzen Code hier einmal kopieren und wir müssen hier einfach nur statt Bot-Check Cock-Check hinschreiben. Und wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, diese Bot-Check-Methode gilt für alle Commands von dem Bot und diese Cock-Check-Methode gilt nur für Commands, die auch hier in diesem Cock drin sind, also für dieses hey. Wenn wir jetzt hier einen Musik-Cock machen, dann wollen wir vielleicht, dass die Person, die den Command nutzt, vorher einem Voice-Channel beitreten muss. Und dann können wir hier überprüfen, ob ctx.author.voice none ist, also wenn der Autor in keinem Voice-Channel ist, dann soll dieser Check fehlschlagen und false soll zurückgegeben werden, sonst soll true zurückgegeben werden. Und jetzt kann es natürlich sein, dass wir hier eine spezifische Error-Meldung geben wollen. Also statt so einer generellen Fehlermeldung, wie hier beim Bot-Check, wollen wir jetzt schreiben, du musst erst einem Voice-Channel beitreten. Das ist jetzt aber ein bisschen doof, denn hier unten in diesem On-Application-Error-Event können wir nicht so einfach checken, ob dieser Error jetzt von dieser Methode hier oder von dieser Methode ausgelöst wurde. Und eine Möglichkeit, wie wir individuelle Fehlernachrichten senden können, ist, dass wir das einfach hier wegnehmen und stattdessen zum Beispiel hier oben hinschreiben. Das heißt, hier oben, wenn dieser Check fehlschlägt, dann senden wir direkt dann eine Antwort an den User, denn wir haben ja hier auch dieses ctx und können da einfach await ctx.respond benutzen. Und hier unten in unserem Error-Event, da fangen wir diesen Fehler einfach nur ab. Das heißt, wenn das so ein Check-Failure-Error ist, dann wollen wir nichts machen, also einfach return. Und wenn es kein Check-Failure-Error ist, also irgendein anderer, dann wollen wir den Error einfach ganz normal behandeln, so dass wir den dann auch hier in unserem Terminal sehen. Und deswegen schreiben wir hier raise-Error hin. Dann können wir jetzt hier noch einen anderen Text festlegen, zum Beispiel tritt erst einem Voice-Channel bei. Wenn ich jetzt also den Command ausführe und dann hier nochmal slash share eingebe, dann sehen wir, tritt erst einem Voice-Channel bei. Und wenn ich dann hier in einen Voice-Channel reingehe und dann den Command nochmal ausführe, dann funktioniert der Command und alles ist perfekt. Dazu jetzt noch ein paar kleine Anmerkungen, nämlich erstens, wir haben das ja jetzt gerade in einem Cock gemacht, indem wir hier einfach Bot-Check oder Cock-Check benutzt haben. Wir können das Ganze aber auch in der Main-Datei machen, wenn ihr da lieber eure Bot-Checks haben wollt. Da müsst ihr dann einfach noch add-bot.event drüber schreiben und dann im Grunde genauso async-def-Bot-Check. Das Einzige, was ihr dann verändern müsst, ist, dass ihr hier kein Save in die Methode reinschreiben müsst. Aber sonst bleibt alles gleich. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Methoden als Bot-Check und Cock-Check. Zum Beispiel gibt es hier noch diese Before-and-Walk-Methode. Die funktioniert im Grunde so ähnlich wie ein Check. Die wird auch vor jedem Command aufgerufen, aber die überprüft nicht, ob ein Nutzer den Command benutzen darf oder nicht, sondern die wird einfach nur vor jedem Command ausgeführt oder nur vor einem bestimmten Command, wie ihr wollt. Aber in diesem Video gucken wir uns erstmal nur diese beiden Sachen hier an. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, kommt gerne auf einem Discord-Server vorbei. Und als allerletztes zeige ich euch jetzt noch, wie ihr das verhindern könnt, dass PyCharm diese Methoden hier so gelb unterstreicht und dahin schreibt Method Cock-Check-Maybe-Static. Das liegt nämlich daran, dass wir dieses Self hier in der Methode gar nicht benutzt haben. Das heißt, dieses Self, was wir hier von der Klasse bekommen, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Und deswegen könnten wir hier noch drüber schreiben AddStaticMethod und dann müssen wir das Self hier entfernen. Das gleiche können wir natürlich hier unten bei der Methode auch machen. Das hat von der Funktion her gar keinen Unterschied, nur dass die Methode da nicht mehr gelb unterstrichen ist und wir das Self nicht mehr brauchen. Wie gesagt, falls ihr noch Fragen habt, kommt gerne auf einem Discord-Server vorbei. Und wenn ihr keine Fragen habt, dann auch gerne vorbei. Und sonst wünsche ich euch wie immer eine gute Nacht, schlaft gut und bis zur nächsten Folge.